Friends, viele sagen auch immer zu mir, kämpft mal hier mit Dullatovs und so weiter und so fort, aber ich sag euch eine Sache, macht einen World Champion nicht mit irgendwelchen MMA-Kämpfern, möchtet ihr gern, weil mit solchen Leuten will ich gar nichts tun haben. So Kampfsport, diese Hobby-mäßig, was die machen, ist nicht auf meinem Niveau, deswegen chillt und macht keinen Fitna da draußen. Ich mag keine Fitna. Bruder, Wollat Dullatovs, beste Bruder. Ich hab nie schlecht über euch geredet. Ihr seid beste Fighter, Bruder. Sehr gut, Bruder. Weißt du mal, ne? Wir lieben dich auch, wir lieben dich auch wieder.